herzlich willkommen hier noch mal zu einem kurzen weiteren update in sachen feit lindau es hat sich nämlich noch was getan wer den ersten teil gesehen hat weiß ja schon bescheid er hatte mich ja verklagt auf verleumdung und unterlassung also dass ich ein video von ihm nirgendwo mehr zeigen solle und dadurch ja schon mal vor einigen tagen wochen dieses update video gebracht in sachen feit lindau und dita bröers hat sich ja geklärt da hatte youtube mir ja recht gegeben er wollte hier ein video von mir sperren lassen das hat youtube wieder freigegeben aber feit lindau das ging noch weiter und ich dachte zwar auch es sei abgeschlossen haben da ging es immer noch um dieses video was ich über ihn gemacht habe feit lindau moderner mystiker und satan ist und da hat er ja mich verklagt einem antrag auf einstweilige verfügung bei gericht gegen mich eingereicht dass ich das unterlassen solle dieses video auf irgendwelchen plattformen zu zeigen ja youtube hat es ja tatsächlich dann auch runter genommen aber auf odyssey ist es ja noch und in anderer form ist das video auch auf youtube weiterhin da und auch nur in deutschland gesperrt ja also es kam hier dann eilt antrag auf erlass einer einstweiligen verfügung des herrn feit lindau bei mir da ins haus geflattert und dann kam jetzt aber neu das ist das jetzt hier er hat auch strafanzeige gegen mich erstattet das wusste ich dann noch gar nicht das ist erst drei monate später bei mir angekommen das eine war ja zivilrechtlich und das ist jetzt strafrechtlich tatvorwurf verleumdung über youtube video feit lindau moderner mystiker und satan ist ja tatzeit 25 7 2023 das war das tag der tag halt von dem video und das ist ja noch mal eine andere nummer ja zivilrecht und jetzt hier strafrecht also wird eine straftat vorgeworfen verleumdung und da habe ich hier gelegenheit bekommen mich dazu zu äußern was ich natürlich reichlich wahrgenommen habe ich habe dann hier jetzt diesmal nicht an das gericht sondern an die polizei die polizei hat mir das schreiben ja geschickt das habe das begründet warum ich ihn als satanist sehr aus einer christlichen sicht ja weil er sich positiv gegenüber dem teufel äußert und ich habe hier auch an die polizei diesen screenshot von wikipedia mitgeschickt die definition von satanismus unter dem begriff satanismus werden verschiedene bewegungen zusammengefasst die sich positiv auf satan beziehungsweise auf das gesellschaftlich als das böse angesehene beziehen und so weiter hier noch der link und habe hier betont dass ich mich darauf beziehe und hier nicht wieder besseren wissens gehandelt hätte was nämlich bei einer verleumdung voraussetzung ist dass ich da einfach falsch über ihn berichtet habe was ich nicht habe ich habe hier auch einen screenshot da noch mal weitergeleitet an die behörden nur ein beispiel von videos eben quelle ist hier youtube die erlösung von lucifer wenn das böse heilen kann folge 294 vom kanal feitlindau tv naja also die erlösung von lucifer hier steht es ja auch ganz klar wenn du mich schon eine weile verfolgst weißt du dass ich nicht nur das licht schätze sondern auch den schatten schattenarbeit ist ein zentrales thema meiner arbeit und ich möchte dich heute einladen mit mir gemeinsam mutig und neugierig auf eine der gewaltigsten kollektiven projektionsflächen der menschheit zu schauen den teufel ich lade dich einen deinen persönlichen lucifer kennen zu lernen und zu verstehen warum es so wichtig ist egal ob du religiös bist oder nicht dass jeder von uns diese thematik in sich erlöst ja und als christ hier im teufel eine erlöser figur zu sehen jetzt ist ja auch im titel wenn das böse heilen kann ihn als heilsam zu erleben dann äußert er sich ja positiv über lucifer satan und das hat ja auch diese definition von wikipedia gesagt das ist satanismus sich positiv über den teufel zu äußern und mehr habe ich ja nicht gemacht ich habe deswegen ihn so bezeichnet weil er sich positiv äußert nun ja das ging dann alles an die polizei und dann kam jetzt gestern dieses schreiben hier ermittlungsverfahren gegen sie vorwurf verleumdung baden baden nervel feilendo da wohnt wohl das gegen sie geführte ermittlungsverfahren habe ich gemäß paragraf 170 und so weiter straf prozessordnung eingestellt der anzeigener hat jedoch die möglichkeit die sache im privat klageweg zu verfolgen ja also auch damit ist er nicht durchgekommen das ist jetzt eingestellt privat klage aber ich muss ich mich auch erst mal einlesen er könnte jetzt trotzdem noch sagen er er verklagt mich jetzt sozusagen privat nicht die staatsanwaltschaft ist raus die haben das eingestellt aber er könnte sich noch so einen privaten kläger machen und trotzdem noch gegen mich vorgehen das soll wohl recht selten vorkommen aber es wäre möglich ja also das nur als kleines update weil das in dem ersten video natürlich noch nicht vorkam da ich das noch gar nicht wusste und ich bedanke mich natürlich auch bei allen die da mitgebetet haben es hat also auch jetzt hier geklappt er konnte sich also mit nichts durchsetzen in dieser sache falls er wirklich diese diesen privat klageweg noch beschreitet dann müssen wir abwarten da da würde ich dann gegebenenfalls noch mein update liefern also danke für alle gebete es ist auch wieder hier gut ausgegangen macht's gut tschüss